hallo und willkommen zurück zu borderlands 3 mit mit dem roll von der letzten folge haben wir hier drüben einem kollegen geholfen von diesem casino zu fliehen wenn man sich hier umguckt sind doch einige interessante raumschiff designs hier vorhanden hat die ein bisschen bekannt vorkommen das hier sieht zum beispiel aus wie von f-zero zones und leiter was mich gerade fasziniert das ist das ding hier unten ist das tut dieser propeller da unten was das tut es was macht es egal wir sollen weitergehen und die creme brûlée also das schiff von der von der ember finden so gucken wir mal was hier so abgeht brauche ich ne pause geh nach hause ohne pause hier kriegt ne kugel für dich denn im hehehe hmm weshalb der Agent wir sind kein Agent wir sind voll wir sind voll aber wir können jetzt schnell reisen wir müssen nicht mehr den ganzen Weg laufen so dann tun wir hier mal verkaufen tun ich wollte dich nicht verkaufen irgendwie spinnt hier gerade was egal dann ist es halt weg irgendwie muss ich doch den Controller ausstecken ja das ist mein letztes Angebot na gut in Ordnung wo kommen denn die her hmm hmmm na dann Platz habe ich noch das habe ich noch ein bisschen Platz bis 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 da da aber noch Das ist das Kabel vom Controller im Weg. Ja, Controller, weil wir haben gestern Abend, also Dennis und ich haben gestern Abend noch ein bisschen Monsterhorn durchgespielt. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Der Arsch! Das grünes Zeug bleibt liegen, wie immer. Das war lustig! Spash! Oh, was bist du für einer? Lauf lieber weg! Aua! Warum ist der nicht auf Korrosion eingestellt? Scheiße! Das hätte vielleicht klappen können. Warum war der nicht auf Korrosion eingestellt? Merkte sich das nicht, wenn ich das Game den Neustadde? Anscheinend nicht. Ja, macht nix. Gibt's halt jetzt aufs Maul. Gibt's euch ein Geheimnis, Kristalle. Gibt's halt jetzt aufs Maul. Okay. Jetzt die Spawn, das ist das. Wah. Dennen! Lass mich doch mal in Ruhe lesen. Hm. Da frisst die Granaten. Oh, Lecci. Oh, Lecci. Legeblieben. Sack! Ich war doch zu früh am Morgen. Muss also mal wieder reinkommen. Ah. Zeig mir einfach, was mich getötet hat. Hüpf. Hüpf, hüpf. Ungehef! Oh! W- 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 Ja, ja, ja. Oh, hoppala. Ach, da bist du hin. Das schützt. Das schützt. Hm. Nahezu das Gleiche. Ich lass mal das, was ich habe. Weil nach einer Geschwindigkeit finde ich grad cooler als generelle Waffengröße. Hm. Ja. 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 Na ja. Probieren wir mal die Was sagt schon die Map? Die Map sagt hier hinten ist eine Sackgasse Ein V.I.P. Okay Na das ist ja ein Schlappchen Ui 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 Jetzt kriege ich das Geld wieder fast zurück Oh 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 Die Leule finde ich viel mehr gesalbt Oh 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 Was für eine blöde Rasspresse Alter mal geruckelt hat es Warum hat es gerade so geruckelt? Ich hab dich. Bravo! Ta bombe! Ratata! Fuck! Das ist es. Das war irgendwie strange und merkwürdig. Hm. Okay. Oops. Das war's. Ich schmeiße sie da dazu. Oh. Die hab ich gar nicht gesehen. Also grüß euch. Okay. Jetzt hatte ich gedacht, hier kommt noch irgendwas geiles. Eine rote Truhe oder sowas. Aber nee. Total verarscht. So. Irgendwie spinnt das Mini heute ein bisschen. Danke, ich greife gerne darauf zurück, wenn wir die Anästhetiker ausgehen. So großzügig von dir. Ich reiße dir früher oder später sowieso alles aus den Händen. Schau mal wieder vorbei. Du wirst es nicht bereuen. Ja, ja. Äh. Muss ich mal was zu Sanctuary. Die ganzen Legis in meinen Schrank packen. Ja. 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 Einen Platz habe ich jetzt eigentlich noch. 44 von 70 okay du gehörst hier nicht rein ausrüstung haben wir doch jetzt was legendäres und wie sie sehen wir haben vor was haben wir davon gerutscht jetzt kriegt egal alles zum verköfen auf einen wunderschönen tag die medien komplex egal was ich einkaufe mit dem upgrade kannst du mehr sachen tragen maximal kaufst du jetzt noch was oder nicht wenn du das kaufst kannst du mehr tragen du weißt doch dass du das willst mehr da gibt es nicht das ist eines der besten stu die du kaufen kannst also kaufen schon hey stehst du auch mal aufgewicht hin was hier für den neuen kürzeln neue kürzeln bekommen das ist aber doch keiner neu davon naja das regnen jawohl das ist das das ist das schade so system so überarbeitet haben war beim alten wörtern sind wir so ein graus das leben die wieder ich bin super super was 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 war wir haben was das Oh Bam Bleib liegen ein links ein rechts einfallen lassen Halte sie weg von mir Halt auf Ich hab hier noch gar nicht von meiner Brust erzählt Ich hab hier noch gar nicht von meiner Brust erzählt Ach jetzt ist der wieder da Ah 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 Tschüss Tschüss So dann machen wir das hier Wunderschön Die Flammen tanzen so grazil Ich muss schon sagen Du bist ein Artistenoperei Na jetzt hätte ich aber einen Erodekiste erwartet Das war mal was Nettes Das war mal was Nettes Nette Stimme von Hyperion Oh 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 Okay Oh Wohin wir noch immer hier hochklettern können Open Open scheiß Haus 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 Open scheiß 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 Aber irgendwie ist das ein Rückschritt für die ganzen Konstruktoren. Der Konstruktoren-Typ 1 konnte fliegen. Freddy! Sie töten und so, aber dazu sind sie ja auch gemacht. Man kann es ihnen nicht verübeln. Was hast du hier überhaupt zu suchen? Die aufs Mal haben? Hey, du lebst noch! Ich brauche was von dem Schiff. Und mal unter uns. Gewagte Kleiderwahl. Ja, sie sind toll, oder? Was das ist für den Pretty Boy? Setzt sie alle fest und nutzt sie als Gruppmette. Aber weil ich so großartig bin, könnte ich mich reinhacken und dein Schiff befreien. Wenn du mir hilfst. Kennst du die Backbord-Schläger? Das ist deine Gang. Super gefährlich. Sie haben eine meiner Lohnerkumpel entführt. Frei ihn, dann bring dich Freddy. Das bin ich. In das Schiff. Hm, na dann. Lass mich aber erstmal noch looten, gell? Freddy's Liebesnest, oh mein Gott. Diese scheiß Loder sind bekloppter als ein Psycho und werden mit jedem Update schlimmer. Quincy, Diagnose! Stoppt jede Uhr. Lasst ab vom Telefon. Verscheuch den Hund, der Bellen-Knochen frisst, die ruhen. Ich verstehe kein Wort. Du sprichst wie ein Mensch. Nicht mal wie ein guter Mensch. Wie eine von diesen Künstlergestalten. Quincy, emotionale Regungen abschalten. Analyse! Analyse, Modus. Quincy, mein Kumpel. Sag deinem Freund Freddy, was los ist. Warum sind die Bots so aufgebracht? Und was soll all das schnulzige Paunerwelsch? Tod, Trauer, Verzweiflung. Was? Ihr könnt gar nicht sterben. Ihr seid nicht lebendig. Und wer hat gesagt, ihr könntet Trauer empfinden? Das ergibt doch keinen Sinn. Nichts ergibt Sinn. Was ordnet die Sterne, wenn ein Gott die Würmer füttert? Tja, ich hab's versucht. Du lässt mir keine Wahl, Quincy. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Schüttet weg den Ozean und fegt auf das Holz. Denn aus dieser Scheiße macht niemand mehr. Administrator-Eingriff. Verdammt! Ich hasse es, mich zu wiederholen, Quincy. Werkseinstellungen. Sofort! Zurücksetzung abgeschlossen. Bereit zum Konfigurieren. Danke. Mann, was ein Aufwand. Wenn Jack noch hier wäre, könnte Freddy mit diesen Dingern vielleicht Fortschritte machen. Obwohl... Interessant. Und mit diesem interessanten Tape beende ich die Folge. Ganz her, Gedanke, was dazu sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, ihr einen Liken, einen Subscribe, einen der Welt verteidigt. Und wenn ihr es noch nicht für nichts getan habt, die Notation will aktivieren. Warum ist das jetzt deaktiviert? Wer hat das deaktiviert? Stimmt, die haben es ja jetzt reingepatcht, dass man das deaktivieren kann. Aber... Warum? Blitzschaden, hau rein. Ähm, genau. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, wir haben ein Liken, ein Subscribe, ein Deaktivieren. Und wenn ihr es noch nicht schön getan habt, die Notation will aktivieren. Das YouTube-Weiß ist ja nicht mehr von uns sehen wollt. Sollte YouTube euch nicht benachrichtigen, wann was bei uns abgeht. Habt ihr noch Twitter, dem ihr dann ein Follower eindrücken könnt und auf alle Fasenzeige einstellen solltet. Denn wenn wir irgendwie was raushauen, dann auf Twitter. In dieser Hinsicht bis zur nächsten Folge. Tschööö. Untertitelung. BR 2018